Das ist die Alpha 7 Mark IV. Sonys neue Vollformat-Kamera für ambitionierte Fotografen und Hobbyfotografen, die gerne rund 3.000 Euro für eine hochwertige, spiegellose DSLM investieren wollen. Wir zeigen euch im Hands-On, womit sie punkten will. Neuer Sensor, starke Speicherunterstützung, bessere Anschlüsse. Sony hat ein ganzes Paket an Verbesserungen in das kleine Kameragehäuse gepackt. Mehr Power fürs Fotografieren bietet der neue BSI-Sensor mit 33 Megapixeln. Der stabilisiert über 5 Achsen. Fotos sollen so sehr rauscharm ausfallen, auch bei hohen Iso-Werten. Die bewegliche Aufhängung des Sensors gleicht leichte Wackler zuverlässig aus und lässt Spaß am Fotografieren aufkommen. Auch ein Rolling-Shutter-Effekt ist so gut wie nicht vorhanden. Die Mehrleistung des neuen Sensors macht sich in erster Linie beim Fokussieren bemerkbar. Die Sony stellt Augen, Menschen und Tiere in Echtzeit scharf. Und das klappt im ersten Praxistest sehr zügig und zuverlässig. Auch bei Videos. Apropos, die Videos der Alpha 7 wirken extrem scharf und detailreich. Dafür rechnet die DSLM die einzelnen Bilder aus einem 7K-Signal herunter. UHD-Videos landen dann mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde, Full-HD-Clips mit bis zu 120 FPS auf den Speicherkarten. Zahlreiche Bildprofile bieten Raum zum kreativen Austoben in der Nachbearbeitung. Was ist sonst noch neu? Der Sucher ist im Vergleich zur Vorgängerin deutlich schärfer. Die Buttons auf der Rückseite sind etwas anders angeordnet und der Touchscreen hat jetzt endlich auch Touch-Menüs. Außerdem bekommt ihr einen vollwertigen HDMI-Port, USB-C, Mikrofon und Kopfhöreranschluss. Besonders positiv, beide Speicherslots auf der rechten Seite der Kamera unterstützen den schnellen UHS-II-Standard. Und eine CF-Express-Karte vom noch jungen Typ A findet bei Bedarf im oberen Slot Platz. Stark! Davon profitieren dann auch die schnellen Serienbilder von bis zu 10 Bildern pro Sekunde. Preislich liegt die Sony Alpha 7 Mark IV bei stolzen 3.000 Euro. Dafür bekommt ihr noch einen 28-70mm Standard-Zoom dazu. Wer auf die Optik verzichten kann, spart rund 200 Euro. Wir sind jedenfalls gespannt auf die Kamera und ihre Performance im Testlabor.